hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja heute mal paar neue karten wir haben ein paar neue stars of the week karten und wir denken morgen ist das team der woche okay wir haben ein paar trade deadline predictions die wir uns anschauen und ganz interessante sache eigentlich und wir haben drei neue NHL moments karten sowie einen neuen hood rush schauen wir uns alles an los geht's fangen wir direkt an mit den trade deadline predictions bei den karten ist so das sind das sind spieler die ja auf dem aktions oder beziehungsweise auf dem transfer block sind auf dem trade block sind und wo gerüchtet wird dass die noch vor der trade deadline die haben einen zum nächsten märz das getauscht werden bei ben gerard zum beispiel von den von den monster canadiens der wird gerade schon der der spielt gerade nicht eben um das verletzungsrisiko zu minimieren und für den möglichen trade eben vorbereitet sein das passiert hier gerade ist auch schon der erste trade passiert nico sturm der augsburg nico sturm ist nach colorado verteidigt und jost also rechnet damit dass in den nächsten tagen hier noch viel karten rauskommen gerade wenn ein spieler den verein wechselt und sonst was und bei den acht kollegen hier ist es jetzt so wenn die noch wirklich getauscht werden dann geht die karte um plus zwei hoch und das team was auf der karte draufsteht wird er noch geupdatet also so wie man es bei jack die eichel scharten der woher die die x-hauter karte zum beispiel erst bei buffalo war und dann am schluss dann auf wegas umgeschrieben wurde fangen wir mal mit den karten immer im kopf behalten die könnte um plus zwei noch steigen anfang macht hier von arizona coyotes zumindest da aktuell noch der 86er lawson kraus rechter flügelspieler 1 93 groß 100 kilo wir haben hier gladiator oder knipser dazu noch arbeitstier und die wildheit ich sag mal im echten leben wäre das so ein richtiger wäre dritte dritte vor der reihe unterzahl spieler wo man checks verteilt so ist die karte ja auch mehr oder weniger aufgebaut ist nicht der schnellste kommt dann aber zumindest mit dem mit dem arbeit sie auf 88 beschleunigungen 87 tempo und wir wissen ja immer dass die karten nur um nur um 0,5 pro pro overall anstieg beim beschleunigung beim tempo gehen also der geht ja maximal damit an und wenn man wirklich getauscht wird auf 89 beschleunigungen 88 tempo kann man ja schon mehr oder weniger ausrechnen und alle anderen werte gehen um plus zwei hoch selbst wenn die plus zwei hoch geht keine karte die man jetzt aktuell noch braucht aber ich finde das system echt spannend hier dann haben wir von den winnipeg jets in 6 nasca andrew kopp ein center 1 85 groß 93 kilo mit magier oder deep dazu noch hammerschuss und in silbernen blitzstart von den center mit 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 die kommen dann auf 87 am face off wir haben dann hier noch den blitzstand in silber würde ich dazu noch anmachen kann man dann als center brauchen auch eher für die für die niedrigeren teams weil selbst wenn man plus zwei hoch geht es auch nur eine 88 karte der jetzt nicht irgendwo herausragend ist kalle jahn kreik von den seattle cracken 87 karte ein linker flügelspieler 1 80 groß 84 kilo mit gladiator oder protector dazu noch hammerschuss und kreisel als superstar fähigkeit interessant weil er natürlich schon von haus aus 90 beschleunigungen und 90 tempo mitkriegt das heißt wenn er getauscht wird geht auf 91 hoch schuss im im hohen 80er bereich genauso wie die hände body checken fehlt es hier natürlich bei auch bei 1 80 bloß die optimalen synergien dabei die ich hier anmachen würde also ohne eine gute karte wenn er auf wenn der auf 89 gehen würde könnte man sogar einsetzen dann der von mir schon angesprochene bench hier ort von den montreal canadians ein rechter verteidiger 1 91 groß 106 kilo mit arbeitstier oder funke dazu noch verteiler und ein rauswurf ist halt extrem langsam für die größe 86 beschleunigungen 86 tempo selbst mit synergien an schuss bei 91 schlagschusskraft ist nice defensiv werden auch alle hoch aber da gibt es auch leute die genauso groß sind und genauso schwer sind noch ein tick schneller sind wenn der dann wirklich nur plus zwei hoch geht und es ist dann bei 87 beschleunigungen 87 tempo mit mit synergien an wird auch keiner den haben möchte wenn es wenn der wirklich getauscht wird jonas copy salo von dem wusste ich gar nicht dass auf dem trade block steht mehr oder weniger ein goalie von den columbus blutjackets 89er karte 1 90 groß 87 kilo mit knipser oder protector dazu haben wir noch den bombardiert oder ausgewogen superstar fähigkeit ist es silberne pfosten pfosten kann natürlich nicht schaden und auch die 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 wichtigen werte also aggressivität ist niedrig die ganzen anderen wichtigen werte also stellungsspiel rebound kontrolle tempo ist bei 90 und drüber handschuhe handschuhe hoch bei 88 ist ein bisschen abtöner aber hier eine gute karte und da pfosten zu pfosten auf jeden fall anmachen dann haben wir von den dallas stars den 90er john klingberg ein linker verteidiger 1 91 groß 86 kilo mit hammerschuss oder gladiator dazu noch bombardiert oder protector wir haben hier one t oder sehendes auge also an sich schon so eine geile karte bedenkt auch hier über 1 90 groß aber von haus aus 1 90 beschleunigung 91 tempo könnt ihr dann theoretisch noch ansteigen schuss von der schlagschusskraft bei 93 kriegen wir uns sogar noch 95 hoch wenn man den hammerschuss noch ankriegt haben wir sogar 97 schlagschusskraft also auch eine gute karte fast schon jetzt so brauchbar weil letztes jahr die die allstar karte die 90er von ihnen gehabt hat hat eigentlich die gleiche karte auch von den fähigkeiten mit one t und sehendes auge kann man hier beide anmachen außer ihr spielen eure in eurem dritten verteidigungspaar und bekommt eh kommt eh nie aufs eis aber hier gute karte auch auch schon so einsatzbereit und wenn er noch irgendwo getauscht wird und auf 2 90 geht wird er noch ein tick besser wenn man von den annahmen dachs den einen unsker hampus lindholm ein rechter verteidiger 1 91 groß 94 kilo wir haben hier flügelmann oder funke dazu noch verteiler shut down und schläger hoch trifft eigentlich das gleiche zu vom hörfen klingberg der eine schießt hat rechts anders schießt links eigentlich im prinzip die gleichen karten die hier mehr defensiv ausgerichtet weil eben mit shut down und den schläger hoch mehr defensiv werte während hier klingberg eben mehr die ja die offensiven schlagswerte hat aber ja auch eine gute karte ist nur bei 92 beschleunigung 92 tempo das auch noch ansteigen könnte also hier beides gute karten wenn man einen davon bekommt abschluss ist schon der abschluss ja der abschluss macht der 93er ricard rakel von auf von den annahmen dachs ein linker flügelspieler 1 83 groß 89 kilo wir haben hier arbeitszieher oder zonenwirbeler dazu noch knipser und oder magier superstar fähigkeit ist es kein wettkampf und die zonen fähigkeit natürlich kein wettkampf auch eine gute karte von haus aus 3 92 beschleunigung 92 tempo schuss im mittleren 90er bereich hände im höheren 90er bereich body checken fehlt sich ein bisschen welche beim beim zonenwirbeler dann kommen auf 94 tempo und bei der bei der synergie knipser macht wenig aus ist die king ist eh schon bei 95 und ich sogar noch auf den schuss legen dass die 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 hand der handgelenkschuss noch präziser wird auch wenn der wirklich getauscht oder 95 damit geht hier eine top karte und da will ich jetzt noch außerhalb von den von den karten auf die trade deadline eingehen was die trade deadline überhaupt ist die trade deadline ist die ist die der der ablauf der wechsel frist heißt danach können keine spieler mehr den verein wechseln klar ist noch möglich aus der hl hochzuholen oder runter zu schicken aber so ist es kann keiner mehr von pittsburg nach columbus wechseln das ist dann nicht mehr möglich nur noch im innerhalb der eigenen organisation kann die spieler getauscht werden und für viele teams steht ja ganz schön viel auf der auf der kippe eigentlich weil manche manche teams wo es noch spieler haben die ufer werden also andere justen registered registered free agents die wo keine verträge mehr haben die können dann theoretisch zum jahresende oder wenn die saison vorbei ist einfach gehen und man würde keinen gegenwert mehr mehr bekommen deswegen wenn viele spieler wo der vertrag jetzt ausläuft eben getauscht und noch für irgendeinen draft pick wenn es nur dritte von der runde ist dass man irgendwas dafür bekommt ist ja fast im fußball nicht das gleiche und da wenn jetzt halt viele viele top teams ich nehme jetzt mal colorado als beispiel wenn es da eben käufer sein das heißt würden gucken dass ihr team noch weiter verbessern für irgendwie um irgendwelche draft draft picks abzugeben oder irgendwelche spieler die dann für die rei machen oder auch jetzt wie bei dem trade von von nico stürmer aus minnesota für tyson jose da liegt nur liegt ein unterschied von eine million dollar was was das das gehalt angeht dazwischen das heißt die die eine million spart man schon ein die man dann von anderen vielleicht sogar besseren spieler investieren kann das ist der ganze hintergelenke dabei viele teams die wo jetzt schon keine chance mehr auf die playoffs haben mich nur die flyers und alle teams die buffalo zum beispiel die wenn halt gucken dass er da ihre spieler verkaufen dafür dann tanken und möglichst viele draft picks im nächsten in den nächsten draft zu haben so ist das ganze dann gibt es noch die teams die wo gerade so vielleicht am rande von den playoffs stehen die wo sie entscheiden müssen okay greifen wir noch mal an holen wir noch mal spieler um in die playoffs und den letzten run zu machen wie bei mascolambus die wo da noch mal richtig aufge aufge aufgefahren haben dann am schluss auch die playoffs verpasst haben das ist so das ganze was hier passiert also ein wegweisender event für jedes nhl team ich hoffe das war jetzt einigermaßen verständnis verständlich erklärt man muss natürlich auch aufpassen dass man nicht über die cap grenze kommen also wenn man sind man kann sich beliebig irgendwie spieler verpflichten wird graphics man hat auch nur einen bestimmten cap space oder eine bestimmte gehaltsobergrenze die im team drin sein kann und die dafür natürlich auch nicht überschreiten da erinnert auch die trade ender nichts daran in den playoffs ist wieder anders aber das kommen wir dann hin wenn es so weit ist dann haben wir noch drei neue edge moments karten anfang macht hier der achten asker derrick brassard von den 434 flyers hat eine karte bekommen für seinen 200 ist tollen er ist ein center 1 85 groß 92 kilo mit dieb oder zonenwirbler dass du noch arbeitstier und hier nahkampf in silber also eine ziemlich durchschnittliche karte also überall so von den werten her wie die karte außer am face off dann ist auch schade dass hier dass der zonenwirbler dieb in einem slot drin ist das heißt man muss hier schon zwangsweise mit dem dieb gehen wenn man auf dem auf dem center auf der center position einsetzt kommt man auf 88 am face off ist so hoch wie die karte okay welche wahrscheinlich erst sogar dabei den am flügel spielen zu lassen auf dem rechten und dann mit mit zonenwirbler zumindest 90 tempo rauszuholen also keine besonders nennenswerte karte dann haben wir den 89er tj brody für seinen dreinärzten nhl punkt er ist ein rechter verteidiger 1 85 groß 84 kilo mit funke oder verteiler also noch den dieb und silberness shutdown an sich eine brauchbare verteidiger karte 90 beschleunig 90 tempo schuss von der kraft her bei bei 2 90 was den schlagschuss angeht hände im schnitt bei 90 hand augen ist nur bei 85 okay der für sie werde alle bei 90 kämpfen es bei 80 also eine solide verteidiger karte hier würde ich auch eher mit dem mit dem funken gehen verteidiger immer die die beschleunigung ist mir lieber als das tempo machte noch gut dass da das das body checken auf 94 geht es die king auf 92 die kann man ja auch mal an machen aber da kein center ist hilft nochmal dem defensivbewusstsein im stick checking und auch der schlagschuss von der kraft in um eins höher also hier für die 90er karte echt eine brauchbare hier auch empfehlenswert den silbernen shutdown anzumachen die dritte energy moments karte ist der 90er derrick stephan von den carolina hurricanes hat die karte bekommen für seinen 500 punkt und sein 800 spiel müsste dann normal zwei karten bekommen er ist ein center 1 83 groß 89 kilo mit flügelmann oder zonenwirbel dazu noch dieb im silbernen blitzstart und die goldenen präzisen pass wenn man hier alles ankriegt also das heißt den den dieb dann noch mal den den zonenwirbel dazu sind wir bei 91 am face auf kann man damit spielen lassen auch silbernen blitzplitter würde ich an machen für den flügel ja brauchbar aber jetzt kein kein zwingender gar nicht zwingen dass man da einsetzen muss vom präzisen pass würde ich auch meine finger lassen also für eine für eine center option oder von den kosten also so viel kosten wie eine 90er karte eben kostet weil sie eben für die für die sets gebraucht wird das muss ich bewusst sein aber vielleicht können da ein ein billig sneaken dann haben wir noch neue der zehn neue stars of the week karten was komisch ist der morgen das neue team der woche rauskommt reißen wir nur ganz kurz ab ich finde das design finde ich echt mega wir haben von den red der rebels den 86er ben king ein center 1 85 groß 85 kilo mit knipser oder hammerschutz und zur gladiator und in silbernen nahkampf beweglichkeit bei 95 der schuss von der kraft der bei 98 das ist hier toll genauso wie widerstandsfähigkeit bei 99 ist aber der rest nicht wirklich brauchbar aber schönes kratten design dann haben wir den 86er martin gernert vom hc lausanne ein rechter verteidiger 1 93 groß 92 kilo mit arbeitstier oder funke dazu noch basing und die wärmesuche in silber auf eine für eine verteidiger option mit 88 beschleunigung 88 tempo von haus aus wo wir dann sogar auf 90 beschleunigung 89 tempo kommen schuss von der kraft der bei bei 93 klar die präzision lässt zu wünschen über aber auch für eine billige verteidiger option klar als die king ist bei 80 auch klarer abtörner aber wenn man bedenkt dass eine sechsten asker karte ist kann man den sicher einsetzen allein wegen seiner größe und weil er doch nicht der langsamste ist was wir auch anders kennen dann wir von malmö den sechsten asker jorkin ryan ein rechter verteidiger 1 80 groß 84 kilo mit gladiator oder magier dazu noch knipser und scharfschütze die gleichen skatingwerte wie der wie der kollege davor ist aber eben nur 1 80er wenn wir der ander viel lieber gewesen schuss ist hier ein bisschen besser aber sonst auch keine karte wo ich jetzt unbedingt brauchen würde aus jukuri den finlern aber den sechsten asker oscari salminen ein goalie 1 93 groß 100 kilo mit knipser oder magier dazu noch bombardier und und forsten forsten silber rein von den werten her kann man jetzt einsetzen würde klar die größe und das gewicht ist nice auch die silbernen forsten und forsten aber der fällt auch so in die kategorie wer melker und primo war eine zeit lang konnte man diese goalies einsetzen diese schlechten goalies nur weil sie eben forsten forsten aber der hat nur silber nicht mal goldene von dem ja keine empfehlung von den charlotte checkers aus der hl haben einen 86er owen tippet linker flügelspieler 1 85 groß 94 kilo mit knipser oder flügelmann dazu noch schlenzer und schnapp schnapp in silber ja auch eine durchschnittliche 87er katte 86 87 jetzt nichts besonderes dabei mit dem mit dem flügelmann kommen auf 89 beschleunigung 87 tempo schuss wird dann ganz nice wenn man beides so ankriegt haben aber sind wir auch nur bei 89 handgelenkschuss präzision also auch keine mehr empfehlen muss von den straubing tiger sammeln schon zum zweiten mal den finanziger jason eckerson einen linken flügelspieler 1 78 groß 84 kilo mit arbeitszieher der funke dazu noch basing den one t und kreisel in gold interessant also von der beschleunigung vom tempo bei 290 schusskraft jeweils bei 99 genau ich kann auch bei 94 und 95 die king bei 99 body checken selbst ist bei 91 gehen sogar noch auf 95 hoch mit dem mit dem funken an also echt eine gute karte der beides so ankriegt welche auch eher beim funken als beim arbeitszieher 94 beschleunigung 93 tempo eine echt gute karte gerade für leute die auf kane flurry deprecate stehen da ist das bestimmt auch eine karte die die sehr viel spaß machen kann und hier würde ich auch den goldenen kreisel versuchen anzumachen dann ebenfalls von lausanne aber den 89er luka bolzhaus ein goalie 1 83 groß 86 kilo mit arbeitszieher der funke dazu noch flügelmann und die leichte arbeit in silber ja als 1 83 groß damit ist er eigentlich schon raus und sich eine gute karte auch die leichte arbeit ich ja an machen aber bei der größe sorry dann einmal von den kelly flames die 99er jacob markström ein goalie 1 98 groß 89 kilo mit deep und protector beziehungsweise noch oder protector und dem herz und seele der no timer ist eine superstar fähigkeit verwirrt mich weil das sind gerade zwei karten aktuell auf dem markt und wie man es auch schon gehabt haben die andere version ist die 88er von vancouver ja er ist groß das war es dann aber auch schon wieder dann haben wir von den new york islanders den 87 anders lee ein rechter flügelspieler 1 91 groß 105 kilo mit flügelmann oder schlenzer dazu noch magier und dem panzer aus einer karte marke umbrauch bauer selbst mit mit flügelmann ist er bei 87 beschleunung 85 tempo am sender kann man auch nicht spielen lassen mit 78 auf also würde ich nicht ein würde ich nicht unterbringen egal wie man wie man dreht und wenn ich schaue mal seine ebook hatte an selbst bei der es noch ist noch grenzwertig weil von der 93 karte nur 88 beschleunung hat da können wir vielleicht sogar als center spielen lassen falls dann später irgendwann auch das dieb oder was dazu kommt keine empfehlenswerte karte den abschluss davon macht der 95er patrick came von chicago blackhawks ein rechter flügelspieler 1 78 groß 80 kilo mit knipser oder gladiator dazu noch basing den präzisen pass und die uhrgewalt vom skating übrigens die gleichen werde wie die 96er energy moments karte würde ich ja auch mit dem gladiator gehen allein um das body check noch hoch zu machen mit basing kommen wir auf 96 tempo 99 beschleunung 99 schusskraft bis zu 99 präzision 99 handgelenkschuss präzision hände sind perfekt hierfür jetzt eben nur rein von von den körperlichen maßen und eben vom body checken dass er eben diese 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 stolper animation der provozieren kann deswegen hier gladiator das minimo was ich anmachen würde basing ja für den für den einen punkt was dann auch das tempo hoch geht lohnt es nicht extra die spieler so einzustellen als basing angeht also gute karte ja für alle vielleicht die meister helden karte nicht nicht machen konnten und nicht haben wäre das hier eine eigentlich genauso gute alternative klar ist und die fähigkeit und die synergien sind ja bei denen auch noch mal besser aber der soll ihm nichts nachstehen dann haben wir noch einen neuen hood rush der erste modus ist drei gegen drei bring your own liner basieren in eure eigenen spieler das ganze geht recht schnell ein drittel mit einer minute ihr müsst hier zehn spiele gewinnen zehn bullies gewinnen 15 tor mit einem center erzielen 15 tor mit einem verteidiger erzielen und 15 tor mit einem dick erzielen da gibt es hier 275.000 punkte plus auch die punkte die im spiel macht der zweite ist der trade deadline draft in einer rush sitzung ganze geht über zwei drittel mit jeweils zwei minuten und money park sehr schön hier habt ihr ein schlager vorgegeben und können auch wahlweise irgendwelche prime time spieler draften ihr müsst ihr zwei tor nach einem check turnover erzielen drei deeks auf selber seite machen okay fünf tor mit direktschüssen erzielen 15 tor verschlagschüsse erzielen und 20 spiele gewinnen gibt es ja auch 275.000 punkte plus die punkte noch im spiel macht die belohnen geben über zwei wochen der spielmodi wieder wie gewohnt über eine woche für die üblichen münzen und und goldspieler die es hier mittendrin gibt ein basis pack haben wir irgendwann noch mal einen enden mit trade deadline sammel objekt ein basis pack ein premium pack wieder ein collectable spieler pack und ganz am schluss gibt es ein gibt es vier event sammel objekte von der trade deadline okay ob man bis dahin um ihn durchspielen muss ja aber gerade für die nicht online spielen für die free to play spieler kann man ja immer mal wieder das abstauben habe zuletzt auch einen 95er herausgezogen weiß auch nicht mehr wen ja da sind wir auch am ende angekommen vom heutigen video vom neuen content morgen gibt es meine rivals belohnung da war ich im platin rang in division 2 und meine hutschermans belohungen die gibt es morgen auch weil das sieht man mal wenn hier dann hier ein rang steht und nicht nv dann kriege ich für meine mickrigen 80 morgen auch die belohung dafür ja da ist schon morgen wieder ein wieder zeitumsteller noch in den usa ist es kurz nach 10 kommt schon der neue content bis dahin geht auch die neue geht auch noch die aktuelle sport battle saison also daran denken nicht bis um 13 uhr zeit sondern um 12 uhr ist der ist der schicht im schacht wie immer meinen kanal liken abonnieren bei morgen welche mal bei twitch oder online gehen und dann sehen wir uns da wieder und immer daran denken sauber bleiben so schaut's aus